Wir haben es sehr honoriert, Ihnen den goldenen Ehrenbären zu geben. Vielen Dank. Die britische Schauspielerin Charlotte Rampling hat auf der 69. Berlinale den goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk bekommen. Filme können unglaublich wichtig sein und ihre Aussagen sehr mächtig. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, was wir sagen, aber gleichzeitig auch darauf achten, dass wir uns voll und ganz als Schauspieler hingeben. Die 73-jährige Schauspielerin ist bereits Berlinale erprobt. Für 45 Years bekam sie 2015 hier den Preis als beste Schauspielerin und 2006 war sie Vorsitzende der internationalen Jury in Berlin. Alles, was Sie im Leben erreichen, müssen Sie wirklich wollen und Sie müssen Ihr Leben dem widmen, was Sie tun wollen. Das bedeutet nicht unbedingt Opfer zu bringen, aber etwas wirklich und von ganzem Herzen erreichen zu wollen, bedeutet immer danach zu streben. Und sich bewusst zu sein, dass es eine Menge Probleme auf dem Weg zum Ziel geben wird. Die Tochter eines Armee-Offiziers und einer Malerin begann ihre Karriere als Model und beschloss Anfang der 60er Jahre, die Schauspielerei auszuprobieren. Bald spielte sie in Arthouse-Filmen mit und arbeitete mit Filmregisseuren wie Woody Allen, Lars von Trier und François Ozone. In fast sechs Jahrzehnten vor der Kamera hat sie in ihren mehr als 100 Rollen häufig sehr eigenwillige Charaktere verkörpert. Tabus waren dabei für sie nie ein Problem. Die Berlinale ehrt mit Charlotte Rampling die Karriere einer Ikone des unkonventionellen, aufregenden Arthouse-Kinos. Eine tolle Schauspielerin, eine starke Frau, die nie Angst vor Kontroversen, um ihre Rollen hatte und eine Weltbürgerin, die auf Englisch, Französisch und Italienisch arbeiten kann. Wolfgang Spindler von Berlin für Euronews.